Guten Tag Leute und herzlich willkommen zu meinem schon länger angekündigten Nebenprojekt, ja, es ist Woody Woodpecker Escape from Buzzards Park oder so ähnlich, ja, von Treton 1 anscheinend. Mein Lieblings Gameboy Spiel, ist aber laut, ja, Optionen, Musik, Soundeffekte, man hat richtige Optionen hier, Credits, brauchen wir uns nicht angucken, kommen sicherlich auch am Ende, aber, so, jedes Level hat ein Passwort, äh, ich will nicht, gut, scheiß, wie komm ich denn hier raus, äh, okay, wir beginnen, es ist bunt und in Farbe, ja, cool, äh, bunt und in Farbe, lol, wir gehen mal hier in die Tür rein, mal gucken, was da passiert, da, 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 la, la, na, ja, wir fangen mal hier unten an, man hat mehrere verschiedene Attacken, sag ich jetzt mal, ah, ja dieses spiel habe ich früher gesuchtet ja wir hatten früher in spanien eine ferienwohnung und da habe ich im garten gesessen und die spiel gesuchtet und mir die passwörter für die level auf dem bierdeckel aufgeschrieben war wirklich witzig und jetzt hatte ich das spiel total vergessen aber ich konnte mich ja gott sei dank jetzt wieder erinnern es wird sicherlich lustig nach jedem level werde ich neuen part beginnen wie ich es auch schon bei super mario land 3 varioland gemacht hat ne oh mein gott der boden fällt auseinander was ist da denn los doch nicht wieso ist der sack eigentlich nicht stopp diese wassertropfen sind böse die tun ein die tun die verletzten eine und das ist gar nicht gut es gibt verschiedene waffen und verschiedene gegner ja diese köpfe hier stellen ich glaube die töchter von wo die da und geben ein leben wenn man sie auch sammelt ja und an diesen roten telefon wenn ich mich recht erinnere ist das level vorbei hat man gewonnen glaube ich wenn man da dran geht aber wir wollen ja erst mal uns hier das hier angucken was ist was ist hier so zu sehen gibt schade schade und das alles wegen so einer scheiße ich fasse nicht also ich bin fast tot ach da wollte schon was zu sagen ich habe vor möglichst wenige safe states hier zu benutzen ja das mache ich extra für euch sagen wir so ich safe einmal nach jedem level oder am anfang des nächsten levels hier ist das passwort könnt euch aufschreiben wenn ihr wollt wenn ihr das spiel auch mal spielen wollt so jetzt übersetzt mal onkel woody komm schnell und hol uns was 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 hat hat uns entführt entführt wir haben sie bei uns wo seid ihr denn in der stadt bleibt wo ihr seid ich komme ja das ist das nächste level hier geht es im nächsten part weiter bis dahin tschüss